es sieht schon mega nice aus also wenn alle games so aussehen werden würden willst du mir den Weg zeigen sind noch überall malereien hier ist das rote licht hier haben wir so eine alte Ruine scheinbar also größten Lob an den Level Designer es sieht unglaublich nice aus hier haben wir dieses Licht das wieder diese Schutzkapsel bildet aber tatsächlich diese kleine Fliege will mir wirklich den Weg zeigen es kann es gibt es auch nicht dass die tatsächlich hier auf mich wartet und erst wieder weiter fliegt wenn ich wieder komme oh mein Gott ich muss hier auch wirklich verdammt viel laufen hier haben wir scheinbar so eine Art Kettenzug ja und jetzt stehen wir hier und wissen nicht was wir machen sollen danke liebe Mücke du hast mir einen total verkehrten Weg geleuchtet okay wir gehen mal zurück ich will mal schauen ob wir in dieses Haus überhaupt reinschauen können wir bräuchte ja wieder einen blauen Laser um den roten Laser zu neutralisieren Problem dabei ist ich weiß gar nicht wo ich den hierher bekommen soll es ist auf jeden fall eine riesen Maschinerie hier drin und ich wüsste auch gar nicht wie ich sie bedienen müsste hier haben wir was ich hätte mir wieder so ein Portal gerät die hätten wir eine Karte glaube ich wir können es jetzt nochmal probieren die zu fotografieren und ich hoffe dass wir sie dann auch anschauen können also ich dachte das ist ein Game wo in zwei oder drei Stunden durch ist aber ich glaube wir sind hier gerade mal am Anfang hier kommen wir nicht durch kommen wir auf der anderen Seite rein hier oben hier haben wir doch auch den Baum ja leck mich doch am Arsch Freunde ja aber was nützt uns das denn hier oben können wir über die Kette laufen also ich weiß gerade nichts damit anzufangen ich war gerade noch überfordert mit meinen ganzen Rätseln in dem anderen Level möchte ich mal sagen oder in der anderen Welt dann werde ich hier wo ganz woanders hingeschickt und weiß hier noch weniger damit anzufangen können wir auch noch eins weiter rüber und hier eventuell rein scheinbar nicht also ich bin wirklich gerade perplex wie groß das es überhaupt ist wenn ihr vielleicht helfen könnt Freunde wenn ihr schon mal ein Gameplay oder irgendwas oder das vielleicht selbst gespielt habt ihr dürft mir gerne schreiben ich bin wirklich gerade ein bisschen verwirrt und weiß gerade nicht warum weil es einfach unüberschaubar groß ist und es viel zu viele verschiedene Mechaniken gibt okay es wird aber alles nicht helfen ich will jetzt mal auf diese Maschine hinten drauf rumdrücken kommen wir hier weiter hinter auch nein scheinbar nicht okay wir drehen nochmal ich weiß ja nicht was passiert wir hoffen einfach mal das beste also das finde ich aber schon cool das ist ja so eine Art Loading Screen so ein aktiver Loading Screen wo man sich sogar ein bisschen umschauen kann ich weiß bloß nicht wo wir jetzt landen ob wir wieder in der neuen Welt landen oder in der alten oder hier in der gleichen Welt ganz irgendwo anders ich weiß es nicht ich denke mir es wird aber Zeit vielleicht rauszufinden okay ich sehe nichts außer tausenden von Glühwürmchen okay aber langsam dürftest du mich mal portieren ich wünschte ich könnte eine Facecam anmachen dann würde ich wenigstens mal Blick erkennen ich habe jetzt diese Map hier in der Hütte wo ich gesagt habe dass sie useless ist weil sie einfach nichts bietet jetzt haben wir aber dieses Gerät hier drinnen stehen ich wüsste jetzt nicht wenn ich jetzt wieder auf dieses Gerät drücke in welche Welt komme ich dann ist es wieder die gleiche wir bräuchten eine 6 Stelle gekommen oh mein Gott komischerweise ist dieser Knopf genau von der Seite wo wir ihn drücken könnten an den Gleisen das ist das Rätsellösung Freunde wir müssen mit den Wagen rüber ich probiere das jetzt einfach mal scheiße wir müssten aber vorher noch den Hebel ziehen oder reicht es nur den Knopf zu drücken nein wir müssen den Hebel ziehen können wir das von hier? ja das hat so einen gewissen Radius wir drücken einfach mal ich hoffe dass der unsere Lore mitnimmt aber deswegen ich denke es hat so einen bestimmten Radius alles was sich in diesem Radius befindet wird eben mitgenommen deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus dass der uns jetzt wieder rüber portet vielleicht in die gleiche Welt beziehungsweise in die Parallelwelt wo wir vorher waren und dass wir dann eben mit unserer Lore dann hier diesen Laser eventuell zerstören könnten auf was fahren wir denn? oh mein Gott komm schon nein wie geil ist das denn? ok wir müssen auf den Laser umschwenken scheiße das reicht noch nicht wir müssen ein Stückchen zurück wir müssen ein Stückchen zurück bloß wie weit denn? so ungefähr ok hier haben wir das Licht die Y-Steuerung macht mich so ein bisschen oh mein Gott wir haben das Licht ausgelöscht tut sich hier wieder irgendwas? ja es ist offen es ist offen Freunde oh mein Gott ich bin wirklich sprachlos können wir uns dann hier irgendwo porten und nicht noch weiter gegen die Wände fahren wir warten mal bis diese komische Musik vorbei ist dann ist irgendwann mein Minecraft hier kaputt ok ich denke dass das hier nicht zu Ende gehen wird aber wir sind glaube ich einen riesengroßen Schritt vorangekommen wir kommen hier leider nicht mehr zurück deswegen drücken wir hier einfach mal auf den Button ich weiß immer noch nicht sind es zwei Welten ist es eine Welt? wir haben auf jeden Fall in beiden Welten dieses Schutzschild ausgesetzt das ist glaube ich schon mal eine ganze Menge wert man freut sich immer schon so ein bisschen wenn man immer ein Stückchen weiter kommt ok aber langsam ist dieses ich habe noch vorhin gesagt dieser Animations- bzw. Loading-Screen ist ja relativ nice aber so langsam geht ihm ja schon ein bisschen auf die Nüsse hier ne was war ne ok alles paletti wollen wir es nochmal vielleicht kurz probieren mit CV zu reden ok hier ist der End dann wissen wir wenigstens dass wir sie hier abgestellt haben also gut ich habe keinen blassen Dunst ob wir jetzt irgendwas erreicht haben wo CV jetzt vielleicht sich erneut mit uns unterhalten würde hatten wir hier oben jetzt noch was wir können die Brücke nochmal probieren zu drehen in die andere Richtung wir haben jetzt dieses äh ja diesen Stopper sag ich mal weggenommen den hier oben und vielleicht können wir jetzt auch die Brücke in die andere Richtung drehen was aber für mich unlogisch wäre denn wir würden ja dann trotzdem nicht auf die andere Seite kommen halt das war die verkehrte Richtung aber hier ist jetzt die Leiter zu der wir immer noch nicht hochkommen wir probieren es mal einfach so da passiert gar nichts sind wir jetzt im Ursprung ich habe es gewusst dass wir in die andere Seite drehen können nur das Problem ist wie komme ich jetzt auf die andere Seite wie komme ich jetzt auf diese andere verdammte Seite ich wüsste es gar nicht wir müssten uns höchstwahrscheinlich wieder teleportieren bloß wo aber ich denke das werden wir noch rausfinden früher oder später jetzt will ich noch einmal kurz zu C.V. schauen ob der hier irgendwas Neues Instruktionsmäßiges für uns hat C.V. dein bester Freund oh er hämmert schon wieder irgendwas rum kann es sein bitte sag ok wir haben scheinbar alles mögliche erledigt bis auf unseren Auftrag den wir erledigen sollen weil ich einfach nicht weiß wie ich es machen soll die Baumwurzel es ist zum Haarraufen ich wüsste aber auch nicht wie ich es anstellen soll dieser Gottverdammte Baum der lässt mir wirklich keine Ruhe wir haben ihn schon gegossen aber wie komme ich zu dieser Maschinerie hier unten muss ja irgendwo einen Weg geben hatte ich hier gerade etwas zum zum interagieren aber habe ich es mir gerade nur eingebildet ich glaube ich habe es mir tatsächlich nur eingebildet ok wir müssen weitersuchen es tut mir leid aber wir müssen suchen aber darum geht es ja es ist ja ein Rätselspiel und das werden wir jetzt auch mal machen dafür müssen wir alles tun und dann dann